In unserem heutigen Video erklären wir, worauf Sie beim Trocknen von Äpfeln im Backofen, an der Luft oder im Dörrautomaten achten müssen. Der Ofen eignet sich hervorragend zum Trocknen der Äpfel. Die Temperatur sollte zwischen 60 und 75 Grad liegen. Nachdem Sie die Äpfel gesäubert haben, sollten Sie halbieren, um das Kerngehäuse und den Stielansatz zu entfernen. Faulige oder braune Stellen sollten Sie herausschneiden und dann die Äpfel in Ringe oder Scheiben schneiden. Legen Sie nun ein Backblech mit Backpapier aus und verteilen Sie die Apfelstückchen gleichmäßig darauf. Achten Sie dabei darauf, dass sich die Apfelstückchen nicht überlappen. Nach etwa ein bis drei Stunden sind die Äpfel getrocknet, sollten aber währenddessen immer mal wieder umgedreht werden. Im Anschluss sollten Sie die Äpfel gut auskühlen lassen, um sie dann in passende Behälter umzufüllen. Die nächste Methode ist das Trocknen an der Luft. Diese ist zwar unkompliziert, aber sehr langwierig. Sie kann durchaus bis zu drei Wochen dauern. Wichtig ist hierbei, dass Sie einen Raum wählen, der keine Feuchtigkeit besitzt und eine Temperatur zwischen 20 bis 25 Grad aufweist. Nach dem Waschen sollten Sie die fauligen Stellen entfernen. Im Anschluss wird mit einem Apfelentkerner das Kerngehäuse entfernt, um dann die Äpfel gleich große Ringe zu schneiden. Als nächstes können Sie die Äpfel entweder auf Küchengarn aufhälen oder auf ein Rost belegt mit Backpapier gleichmäßig verteilen. Welche Methode in Frage kommt, hängt davon ab, wie Sie die Äpfel geschnitten haben. Wenn Sie die Äpfel nicht draußen trocknen können oder möchten, können Sie auch einen Raum wählen, der trocken und gut durchlüftet ist. Die dritte Methode ist das Trocknen im Dörrautomaten. Auch dieser verbraucht weniger Energie als der Ofen, lohnt sich jedoch nur, wenn Sie ihn regelmäßig nutzen. Die Temperatur von 70 Grad sollte nicht überschritten werden. Auch hier sollten Sie den Apfel waschen und dann trocknen, faulige Stellen entfernen. Nachdem Sie die Äpfel in wahlweise Scheiben, Ringe oder Stücke geschnitten haben, verteilen Sie diese gleichmäßig auf dem Gitterrost. Dabei sollten Sie darauf achten, dass die Apfelstücke nicht übereinander liegen, damit eine gleichmäßige Trocknung möglich ist. Ebenso wie beim Backofen sollten auch die Äpfel zwischendurch mal gewendet werden, um ein vernünftiges Trocknungsergebnis zu erzielen. Wir hoffen sehr, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier, für weitere interessante Videos klicken Sie hier.